Luisa, ich muss dich hier gerade unterbrechen, denn Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP, spricht und wir hören rein. Eine rechtssichere Umsetzung bei der Bezahlkarte einigen konnten. Die Bezahlkarte aus meiner Sicht ist ein Meilenstein bei der Migrationspolitik. Wir müssen es denjenigen leichter machen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, und denjenigen schwerer, die zu uns kommen, weil sie auf Sozialleistung aus sind. Die Bezahlkarte legt ja fest, dass es in Zukunft keine Bargeldauszahlungen mehr gibt, sondern dass Sachleistungen gewährt werden in Form der Bezahlkarte. Das ist sehr unbürokratisch umsetzbar für die Kommunen. Ein Grund, warum ja auch in den letzten Wochen die Forderung gerade aus der kommunalen Familie kam. Damit wird ein Pull-Faktor, nach Deutschland zu kommen, um in die sozialen Sicherungssysteme zu migrieren, beseitigt. Und deswegen aus meiner Sicht im Rahmen einer geordneten Migrationspolitik ein sehr wichtiger Schritt, den wir als Koalition gehen. Wir lösen damit das Versprechen aus der letzten Ministerpräsidentenkonferenz im November des letzten Jahres ein. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich ja auf die flächendeckende Einführung der Bezahlkarte verständigt. Seinerzeit auch eine Forderung insbesondere der Freien Demokraten. Und meine Erwartungshaltung ist, wenn wir in dieser Sitzungswoche das Gesetz abschließend im Deutschen Bundestag beschließen, dass dann die Bundesländer und die Ministerpräsidenten die Bezahlkarte in Deutschland eben auch flächendeckend einführen. Das sind wir der Situation aus meiner Sicht schuldig. Und das ist auch das Versprechen, was Politik jetzt gemeinsam einlösen muss. Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist die Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik. Richtig ist, dass die Gewalttaten in Deutschland leider zugenommen haben. Wir sehen einen Aufwuchs bei der Zahl der Tatverdächtigen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, insbesondere bei den Gewaltverbrechen. Und das ist natürlich besorgniserregend. Bei nüchterner Betrachtung der Dinge muss man aus meiner Sicht feststellen, diese Zahlen sind auch ein Ergebnis einer ungesteuerten Zuwanderungspolitik der unionsgeführten Vorgängerregierung. Und das geht eben zurück auf die Politik der letzten ein, anderthalb Jahrzehnte. Die Politik seinerzeit haben wir kritisiert. Wir sehen jetzt die Ergebnisse einer nicht guten Integrations- und Migrationspolitik auch in der Kriminalstatistik. Das muss man so offen sagen. Bei der inneren Sicherheit und in der Migrationspolitik fährt diese Koalition einen strikteren, einen restriktiveren und einen pragmatischeren Kurs, als es die Vorgängerregierung getan hat. Sehen Sie beispielsweise das Thema, was wir im Januar im Bundestag beschlossen haben, nämlich beschleunigte Abschiebung. Also diejenigen, die in Deutschland straffällig werden, werden beschleunigt abgeschoben. Auch hier meine ich jedenfalls, könnten die Bundesländer die Rechtsgrundlagen, die der Bund geschaffen hat, noch besser nutzen. Und zum Zweiten die vorhin schon angesprochene Einführung einer Bezahlkarte, wo es darum geht, dass Pull-Faktoren beseitigt werden, die es bisher attraktiv gemacht haben, nach Deutschland in die sozialen Sicherungssysteme zu kommen. Also an der Stelle müssen wir die polizeiliche Kriminalstatistik auch so lesen, dass sie uns als Bund gemeinsam mit den Ländern auffordern, in der Migrationspolitik umzusteuern. Die ganz wichtigen Schritte hat diese Koalition bereits getan und tut sie diese Woche. Das dritte Thema, was ich ansprechen möchte, der Bundesverteidigungsminister hat in der vergangenen Woche seine Reformüberlegungen für die Umstrukturierung der Bundeswehr vorgestellt. Wir begrüßen, dass die Bundeswehr moderner und effizienter werden soll. Und er hat gleichzeitig angekündigt, dass er eine Prüfung in Auftrag geben möchte, was die Wiedereinführung der alten Wehrpflicht für Deutschland betrifft. Richtig ist. Soweit Fraktionschef Christian Dürr, der hier nochmal die Vorteile der Bezahlkarte betont hat, die eben in dieser Woche noch vom Bundestag dann in der geänderten Form auch beschlossen werden soll. Richtig ist.